Sag mal, Mefo, was ist dein Lieblingsort in Hamburg? Mottens. Welcher Zweitligaspieler ist underrated? Tim Handwerker. Beste Serie aller Zeiten? Game of Thrones. Bester Spieler im Weltfußball auf deiner Position? Sergio Busquets. Wer gewinnt diese Saison die Champions League? Bayern München. Mit welchem Mitspieler strandest du am liebsten auf einer einsamen Insel? Natürlich mit Basho. Dein Lieblingshaustier? Hund. Hast du einen eigenen? Ja. Beste Sportart nach Fußball? Basketball. Die HSV-Fans in einem Wort? Unfassbar.